Heyho Leute, ich bin's wieder, euer PB-Stell und willkommen zurück zu einem WTF-Rage-and-Lol. Das schaut noch ganz normal aus. You have to fertilize the egg. Auf Deutsch, äh, click start experience. Äh, auf Deutsch, äh, du musst die Eizelle befruchten, also das Ei befruchten, befruchten, sagt man das? Ja, normal schon, du musst das Ei befruchten. Befrüchten wollte ich schon sagen, nein, WTF. Äh, ja, ich bin's, euer PB-Stell und, ja, was tue ich mir hier an? Was tue ich mir hier an? Wirklich, was tue ich mir hier an? Gut, wir starten. The struggle for birth. Gravity in tertia physics, it's like round robin. The unborn child is like a real number. It cannot be divided by zero. Think about that. I don't care! Left and right arrow keys to stair press. Up to frost. Okay, keine Ahnung. I try to make a princess. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I try to make a princess. I try to make a princess. Entschuldigung Leute, ich musste das Spiel wieder neu starten, weil ich konnte mich vor Lachen nicht mehr halten und die Musik war viel zu laut. Swimming around in a vagina. Nooow. Alter, die Lyrix. Lyrics und der Refrain. Oh, da ist das Ei. Und ich bin der Erste! Was ist Game Over? The Princess was born. You won the game. Game over, but you won the game. Fuck! Logic! Mindfuck! So schaut's aus. But did you actually win? What about the others? I don't care about the others, I won and that's everything I need to know. Ich bin mit meinem hässlichen Kackpartner. Und ich hoffe, ihr freut euch mal auf den nächsten WTF Rage und LOL Games. Also ich kann einen kleinen Hinweis geben, das nächste Game geht in die Richtung WTF und eventuell auch ein bisschen LOL. Äh, ja, aber... Ähm... Jaaa... What the fuck? Einfach nur... Ah, und ich spiele wieder ein Spiel. NEIN, WAS DU NICHT SAGST! PB-Star spielt ein Spiel! What the fuck? WTF? Rage und LOL. Hahaha. Ich glaube, ich muss das mal irgendwie so Copyright draufsetzen, auf das WTF Rage und LOL. Hahaha. Ja. Keine Ahnung. Äh... Haut rein euer PB-Star und bis zum nächsten Part. Äh... Und... Nicht vergessen, Leute. Äh, Entschuldigung, der Spruch ist mir grad so eingefallen und den muss ich jetzt noch loswerden. Hahaha. Vergesst nicht, Leute. Befruchte deine Eizelle! Los! Ihr schafft das! WTF? Hahaha. Haut rein. Hahaha. Und tschüss. Tschüss. Hahaha. Hahaha.